Ja, Mann, ich hab dich geschafft, Mann! Au! Sau! 50% hab ich davon. Für meinen Vater getan und ich versuch, mein Bestes zu geben und ich hoffe, ich werd's auch schaffen. Ja, hi, ich bin der Menowin. In meiner Freizeit so, also mach ich MC und bin auch DJ. Beruflich nennt man mich halt dann MC H. Dalla F. Das ist halt mein Künstlername. Ich brauch dir noch was? Ich brauch nix. Ja, ich fand, der liebe Gott hat einen guten Tag, als er dir da die Stimme und das Talent mitgegeben hat. Kompliment. Dankeschön. Respekt. Ich schwank ein bisschen. Du bist ein Popstar, wenn du hier reinkommst, aber ich hab ein bisschen Probleme mit Gefühl. Du hast ne gute Stimme, du bist ein guter Typ, deshalb kriegst du von mir auch ein Ja. Danke. Zweieinhalb Stimmen für dich. Wir sehen dich in Berlin. Dankeschön. Danke dir. Tschüss. Das ist das Geilste, was es gibt. Die gelbe Farbe. Ich liebe die gelbe Farbe. Jetzt auch gelbe. Gelbe T-Shirts. Gelbe T-Shirts. Gelbe Gelbe Socken.